Nach dem großen Erfolg der 5 Euro Münzen Planet Erde und Klimazonen der Erde, gibt es nun eine neue dreiteilige Serie mit 10 Euro Münzen. Hier ist die erste Ausgabe dieser Münzreihe mit dem Namen In der Luft. Die dreiteilige Serie mit dem Titel Luft bewegt erscheint bis 2021, jährlich mit einer Ausgabe. So sieht die erste Münze im Detail aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020